hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen horrorspiel mal wieder auf meinem kanal estranged act 2 wie gesagt es wird es wird vielleicht let's basically weiß ich wie lang es ist deswegen gucken wir einfach mal und sagen wir machen mal ein neues spiel die einleitung ist kapitelmäßig gemacht ich habe keine ahnung was uns erwartet aber wir ganz sehen na nü na der wecker klingelt und es sieht jetzt schon ganz cool aus finde ich oh da sind wir bsd zum bewegen damit noch mal herzlich willkommen wieder mal zum kleinen horrorspiel hatten wir lange nicht mehr endlich mal wieder so was sieht schon cool aus ok was haben wir denn hier können wir das nehmen nehmen sie dies ok können wir nicht kann man nichts aufmachen nichts machen was anderes noch hier schöne waldtüte die private security firm so called glockner has been criticized for the second time this year for this heavy-handed use of live ammunition in its protective assignment the company's policy states that live ammunition is to be used on all assignments however campaigners say this is unnecessary and incites the violence they wish to avoid the company declined to comment when asked but others say it's an accident waiting to happen the government contractor is responsible for a number of overseas operations which sources say is why the government is not commenting on this matter so called glockner so called glockner entered headlines earlier this year for its hand in the accidental shooting of an art corporation employee on one of its offshore drilling platform the 37 year old employee emerged on a beach after evidently swimming from the platform while doctors later confirmed a bullet in his leg so called glockner confirmed the bullet was fired from one of their weapons but refused to comment on the case it insisted it was working with the relevant authorities weather now storm edwin continues to make landfall but today provides residents in the north with a day of calm meteorologists are advising everyone in the area that the worst of the storm is yet to come and they should prepare by filling bathtubs with water and stocking food to last for at least two days that's all from me join us tomorrow at 7 for the breakfast bird we are an ancient survival camp we are an ancient survival camp nehmen wir also teil können aber nichts mitnehmen oder so taschenrechner paper paper Da kann man auch nichts mitmachen. Wie cool das gemacht ist. Und da sind wir an der frischen Luft. Ja, komm. Ach, das ist süß. Ah. Schöner Sonnenaufgang. Oder die Sonne geht eher unter. Ich weiß es gerade gar nicht. Dann schauen wir uns mal um. Können wir hier durch? Gatter öffnen. Können wir da oben auch noch hin? Nur mal so, um auszuprobieren natürlich. Wir wollen ja wieder alles mitnehmen zum Spiel. Können wir hier auch durch? Nein, dafür bräuchten wir eine Zange. Das heißt, wir müssen schon hier unten lang gehen. Weil in der Wohnung war keine Zange zu finden. Wir haben ja eben alles geguckt. Also wir konnten auch nichts mitnehmen. Zumindest vorerst. Geh mal zu tun, wir sind bald. Mit tausend. Sehen wir da irgendwas? Nö. Ach, sieht schon cool aus. Kann man nicht anders sagen. Und los geht's. Sie ist mittlerweile Nacht geworden. 17,2 1 1 2 2 3 3 4 3 4 5 5 6 6 6 7 7 9 8 8 9 9 9 9 10 25 6 6 7 9 10 11 20 0 10 29 9 9 9 9 9 10 10 10 12 0 10 12 0 10 11 13 12 13 13 19 10 an 13億 11 21 15 12 0 10 20 % 1 12 12 20 25 Franken nobody 10 12 131 19 20ов 12 29 20้ 19 19 19 19 20 20. ucke. Diese Dinge haben uns überrannt, jetzt fängt erst der wahre Horror an. Okay, ich darf nur halten. 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 Nichts. Hallo? Warte mal. Jetzt. Nee. Ich drücke E. Okay. Ah, warte. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke. Ich drücke es mal hin. Ich drücke es mal hin. Die können wir nicht mitnehmen. Ich drücke es mal hin. 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 Und ab geht's. Das ist tatsächlich Ritzelgame-mäßig gemacht. Okay, ein bisschen den Stein auf den... Ach, verdammt. Ah, das war nicht so schlecht. Na! Oh! Nein! Das finde ich cool gemacht. Das ist der Liam Jones-Audio-Diary von LeBron. Wir haben gerade die Algie angefangen. Und wir haben das Gefühl, dass es eigentlich schlägt, wenn wir es allein für ein paar Mal verlassen. Also, das ist cool. Okay, die haben also Algen untersucht. Okay, können wir also nichts mehr machen. Das heißt, nochmal den Aufzug. Brauchen wir Gewicht. Wir brauchen Gewicht. Alright, das passt gar nicht in die Runde. Hä? Was können wir gar nicht nehmen? Ist da ein Werkzeug drin oder so? Hallo? Hm. Ich komme ein paar zurück. Okay. Jetzt können wir auch sprinten. Was müssen wir denn hier machen? Ein klein bisschen Aufzug zum Bewegen kriegen, das ist ganz klar. Gar keine Frage. Die Alge hat sich da. Aber wie sollen wir denn das Gitter? Oh, ich weiß es mir. Warte mal, was passiert da, wenn ich mich jetzt mit da drauf stelle? Okay, wir brauchen aber noch einen Fass. Nee, ich glaube, wir müssen alle viel drauf tun. Aber wie sollen wir das denn? Eins wird doch übrig bleiben. Oder auch nicht. Okay, das geht so. So, ja gut, dann hätte ich es ja auch direkt einfach machen können. Ähm. Naja. Ähm. Ähm. Oh. Oh Gott, ist das schnell. Kannst du auftauchen? Ähm. 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 So, da haben wir es. Können wir hier rein? Ja, können wir. Nice, Medikit gefunden, das ist ja immer gut. Was ist hier passiert? Das ist die Frage. Okay, da müssen wir rein. Können wir aber nicht. Aber warum nicht? Dann machen wir es halt so. Ah, okay. Okay, gut. Haben wir das auch. Können wir dann fahren? Nö, Anzeit nicht. Und überall sind die Minenfahrzeuge. Batterien, sehr gut. Das ist der Liam-Jones Diary Nummer 2. Die Samples sind okay. Wir sind jetzt jetzt aufzusehen. Also, Hawthorne. Wenn du die Chance hast, ich habe meine Security Badge. Wenn du die Badge-Bedge sagen kannst, die Leute sagen, dass sie, Ich habe einen ... ... eine Fox ... ... und ... ... und ... ... und ... ... und jetzt kann ich nicht ... ... die Anfaktion ... ... und so ... ... Sie könnten sie das ... ... und ... ... sie haben gesagt ... ... es war meine Falt ... ... und sie waren ein bisschen ... ... so ... ... und so ... ... let sie wissen ... ... dass sie nicht dabei haben ... ... und nicht mehr ... ... oder Sie können auch noch mal sagen ... ... ich habe eine spare ... ... vielleicht eine ... ... ich habe nicht sicher ... ... dass sie nicht ... ... ich habe ein ... ... aber ich habe jemanden ... ... eine andere ... ... und ich habe ... If you can email the badge people also and get them in the badge, that would be good. Was der für auf Ideen kam so, ja, sagt den einfachen Fuchs, der da und hat meinen Ausfestgestellen. Was? Gut, dann machen wir das mal. E-mail. Hi, thank you for your request on your second bench. For your friends, your ticket. What are the next steps? A member of the AGO team really responds to your request. Please note when we ask to provide additional information, depending on the severity of your request. Thanks, Arco Global Operations and Services. Okay. Also. Rent referral, ARC Comparation completes. A question of Philips Thumb-Up-Torticals. It's a PDF. It's a PDF. It's a PDF. It's a PDF. E-mail me overkued? Okay. 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 Kaffee-to-go-Becher, alles klar. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Das heißt... Gehen wir nochmal ins Büro. Batterie. Die werden wir brauchen, glaube ich. Das ist irgendwie ein richtiger PC. Das ist irgendwie ein richtiger PC. Hm. Ist hier noch irgendwas? Wie gesagt, wir brauchen den Schlüssel, um weiterzukommen. Hier geht's weiter. Aha! Lion Jones. Wir haben die Keycard, die wir benötigen. Ich muss mich mal gerade anders hinsetzen. Moment. So. So ist besser. Ähm. Ähm. Okay. Ähm. Wie gesagt. Biological scan completed. No foreign material found. Please proceed and have a nice day. Ich habe ihn auch einen schönen Tag. Äh. Hehe. Okay, dann gehen wir mal weiter. Aber das Spiel speichert auch. Wett. 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 So. Oh, kein Scheiß. Mhm. Mhm. Ducken. Diese Informationen kriegen wir wahrscheinlich nicht umsonst. Kann man nicht rein. Okay. Kann man nicht rein. Hier ist nichts. Kommen wir nicht weiter. Okay. Dann geht's geradeaus weiter. Dann nicht touch the glass. This is Liam Jones. Live Sample Security Engineer on site. We just admitted Dr. Frederick Przalla into the observation room. Err. He became violent and attacked one of the Mayan members of staff. So we're going to keep him under observation and probable moving, er, of the islands as soon as we can. So we're going to show what's called this. Er ist aggressiv geworden. Hallo. Auf nichts machen. Hier kann man nicht rein. Heute schon geniegt. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Gehen wir nochmal zurück. Oh, Scheiß, du. Hier müssen wir lang. Was macht das denn und ist, wenn wir mit dem Aufzug fahren? Oh, Aufziehe in Horrorspielen. Okay, kann man nichts machen. Das heißt Treppenlauf. Oh, Aufziehe in Horrorspielen. Oh, Pizzi. Hallo. Hi. Hallo. Yes, we did red bed. Hallo. Can I help you? You are still here. Hallo. Winra traveled. Lighthouse demotraised. Decommissed. The lighthouse saturate a red room on the land. Out it is such a big comm... Decommissionant. Ja. Decommissionant. By the local mayor. John Mann. Following an interest to get carried out by the coast guard. Oh, sorry. Can I jump on Spion? Spion. Spion. So. E-mail. E-mail. Ein bisschen falsch gelesen heute mit Englisch. Können wir nichts machen. Aha. Hier geht's weiter. Konferenzraum, wie es scheint. Können wir nichts machen. Okay. Abschalkammer. Noch ist es als vorgeblänkelt. Oh, nein. Nein. Okay. 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 Hier ist auch nichts mehr. Nö. Chinesisches Essen. Warum das auch immer hier im Schacht rumliegt. Okay. Okay. Okay, da geht's auch nicht weiter, dann müssen wir voraus weitergehen. Ähm. Halb drei. Da ist auch nichts dran. Okay, da kommen wir auch nicht lang. Ich speichere nochmal eben. Oh. Fail. Oh, hier waren wir ja eben. Alles gut. Können wir auch nichts wegstellen oder so? Hm. Dann müssen wir wieder zurück. Müssen, glaube ich, nochmal zurück in den Schacht gehen. Und in den einen Schacht krabbeln. Das Spiel hat auch keinen Ingame-Sound. Vielleicht fällt mir jetzt mal so, das wollte ich eben schon gesagt haben. Wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Kommen wir dann nochmal hoch? Nein. Okay. Da ist eine Scheibe. Hier können wir auch nicht lang. Nö. Da kommen wir schon mal nicht mehr hin. Hm. Hm. Da müssen wir irgendwie in einen anderen Raum nochmal kommen. Oder irgendwas. Hm. Vielleicht können wir so eine Kiste mitnehmen. Da da war zu springen. Nee, geht hauptsächlich. Okay. Dann schauen wir mal hier runter. Ich würde sagen, das war es bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play wieder. Bye, bye!